Das ist mein Assistent, Miss Sala. Es ist mir eine Ehre. Und das sind deine Kameraleute, Kastor. Hallo. Und Pollux. Schneuen wir uns an. Ihr seid aus dem Kapitol? Hat Plutarch euch rausgerufen? Erwarte keine großen Redeströme von ihm. Das Kapitol hat vor Jahren seine Zunge rausgeschnitten. Und nein, es gab keine Rettungsaktion, falls du das meinst. Wir sind alle von allein geflohen. Für das hier. Für dich.